Huhu, Leute! Blacky ist wieder hier mit Holy Magic Century! Yeah, und wir betreten den Wald und... Hier ist... komische Musik, die ist nicht so freundlich und da ist Geist, den hol ich mir auch gleich. Oh mein Gott, der Wald ist ja riesig, ey. Äh, was nehm ich, was nehm ich? Ich glaub nicht, ich nehm Feuer diesmal. Aber ey, die Musik ist ja gar nicht toll. Ich glaub, ich heile mich dann doch erstmal ein bisschen. Wer weiß, was hier für Viecher rumrennen? Oh mein Gott, Leute, ey, ich hab ein bisschen Angst. Okay, und weiter geht's. Ich hab... hab ich da noch richtig gesehen? Ja, da war ein Haus. Äh, da ist ein Haus, da war kein Zerseins. Ähm. Äh, was denn das? Ein Werwolf? Ein Kobold. Kobold heißt er. Ah, der schießt Feuer! Und was für ein Feuer, Alter. Ach, du Kacke. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, ich möchte nicht sterben. Oh, Wasser, 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 Wasser. Ey, der lebt immer... Oh, was ist denn das? Ein Wirbelsturm? Jetzt stirb! Oh ja, er ist tot. Oh mein Gott, Leute. Ich glaub, ich heile mich lieber wieder. Das ist ja brutal. Ey, wie stark das Fieber! Ich glaub, ich bin noch nicht stark genug für den Ort hier. Nein, falsch. So. Oh mein Gott, ich hab keine IP mehr. Ist mir egal. Ist mir jetzt ganz egal. Ich will in das Haus. Ich will ganz schnell in das Haus. Ganz schnell in das Haus. Aber ist hier noch irgendwo was? Ah, Leute, ich hab Angst. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Boah! Oh, ich hoffe, hier ist nix Böses. Hier ist ein Geist. Okay. Ja, was nehm ich jetzt für ein Element? Ich nehm... Ich nehm einfach mal Wasser, nehm ich noch mal. Yeah. Okay. Und dann werd ich einfach mal die Truhe öffnen. Was haben wir jetzt? Riesenschuhe halten. Okay, was machen die? Riesenschuhe. Verdoppeln sie ihre Strecke in der Schlacht. Okay. Hört sich gar nicht so schlecht an. Ich würd aber sagen, ich geh mal eben hier raus. und geh den Weg. Ich hab zwar keine Ahnung. Was ist das? Was sind das? Fünf so ne Viecher. Oh mein Gott, das... Was hab ich da richtig gelesen? Fledermaus? Ich will raus, ich will raus. Fledermaus. Das sollen Fledermäuse sein. Ich geb euch gleich ne Fledermaus. Ah, bloß raus hier. Oh mein Gott. Ey, was denn... Was ist das für ein Wald? Das ist doch kein Wald. Das ist ein Monsterwald. Und wo bin ich hier? Wo geh ich hier überhaupt lang? Ich lauf im Kreis. Ne, ich lauf nicht im Kreis. Aber... Oh man! Leute, ich hab Angst hier im Wald. Nein, ich möchte nicht gegen Fledermäuse kämpfen. Nein, ich möchte nicht gegen Fledermäuse kämpfen. Ich möchte nach draußen. Lass mich in Ruhe. Ach du Kacke war mal von... Da komm ich, ne? Ja, hier muss ich lang. Oh, scheiße. Leute, ich mag den Wald nicht. Oh mein Gott. Da ist... Was? Bin ich jetzt... Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Ey, das gibt's nicht. Ich bin wieder zurückgelatscht. Oder? Ne, geht gar nicht. Ich kann gar nicht. Ne. Oh, was ist denn das? Froschritter. Riesenfrosche? Zwei große Riesenfrosche. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aua. Oh, Hammer. Ach du Kacke. Fällst Level 2. Ich hab Angst. Oh, ich treff nicht. Wieso treff ich nicht? Leute. Aua, 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 aua. Lass mich in Ruhe. Stirb, ihr scheiß Frösche. Angriff. Ach du Kacke, ey. Leute, ich hab ganz dolle Angst. Ich will gar nicht wissen, was es hier alles gibt. Oder wenn ich gegen den Dieb kämpfen muss. Ich will gar nicht wissen, wie stark der ist. Ah, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ey, jetzt schade ich nur 9 und... Ich glaub's nicht. Ah, ich seh nix. Ich seh nix. Boah, ja. Hauptsache ich schieße hier so Riesenwirbelstürme und... Ja, nein. Ich treff einfach nicht und... Oh, der zieht so viel ab, der... Oh, scheiß Frosch. Haha. Wer trifft hier wen nicht, ne? Was? Mann? Nein, Leute. Ich möchte nicht verlieren. Stirb. Was? Wieso stirbt der denn nicht? Huh, huh. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Nein, ich darf nicht sterben. Heilung. Heilung. Boah. Stirb du Scheißfrosch. Jetzt stirb endlich. Was? Wieso lebst du denn noch? Jetzt stirb. Bitte. Was? Nein. Oh, Mann. Oh mein Gott. Silber-Amulett erhalten. Okay. Erhöht Verteidigung. 1,5 Zeiten. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich möchte nicht sterben. Ich heile mich jetzt. Ich heile mich jetzt ganz viel. Oh, Mann. Mann. Der Wald ist tödlich, Leute, ey. Das sag ich euch. Scheiße, ey. Ich hoffe, das ist ein Haus, in dem ich noch nicht war. Was kann ich... Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann da nicht rein. Ach, nö. Ich war hier schon. Ich bin echt zurückgegangen. Leute, ich bin im Kreis gelaufen. Das geht doch nicht. Aber wieso? Was? Schild und... Ach, kacke, ey. Ich möchte nicht mehr. Mann, der Wald ist doof, Leute. Der Wald ist doof. Oh, nee, 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 nee. Mr. Frosch. Du, lass mich mal schön in Ruhe. Ich fliehe jetzt nämlich vor dir. Alter. What the... What the hell? Lass mich in Ruhe. So. Tschüss, du doofer Frosch. Ich verpiss mich jetzt. So, ich muss mir jetzt merken, wie die Richtung ist, in der ich laufe. Ich muss gegen Westen laufen. Okay. Nee, Westen. War das Westen? Ah, Kobold. Nein. Oh, scheiße. Oh, boah. Puh, ich bin gerettet. Scheiße. Leute, ich will nicht wissen, was mich hier in dem Wald noch alles erwartet. Eine Fledermaus. Ja, ich habe ja auch nichts besser zu tun, als gegen Fledermäuse zu kämpfen. Ja, ja, ihr scheiß Viecher, ey. Nein. Boah, bloß raus hier, bloß raus hier. Boah. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Oh mein Gott, Leute. Der Wald, der macht mir Angst. Hier sind starke Monster. Der Wald ist groß und komisch und hier ist böse Musik. Und ich will gar nicht wissen, wie stark dieser... What the fuck? What the fuck? Äh, Leute. Was sind das für Monster? Menschenfalle. Nein, nicht Menschenfalle. Hä? Der hat sich geheilt. Der Arsch hat sich geheilt. Ach, du Kacke. Nicht schon wieder. Wieso heilst du dich? Hab ich dir... Äh. Ich glaube, die heilen sich nur, oder? Wau mal, ich geh mal ran und schlag den. Das ist halt 20. Aber... Oh, jetzt greift er an. Oh, misslungen. Geil. Lass mich in Ruhe. Warum stirbst du nicht? Der heilt sich natürlich wieder. Oh, stirb. Oh, ja, geil. Das eine Vieh ist gestorben und das andere wird jetzt angegriffen. Ja, du Kackvieh. Oh, was? Du kommst ja näher. Alter, was? Ich... Oh, ich wollte gerade sagen, ich stecke irgendwie fest. Oh, mein Gott, Leute. Die Viecher sind stark. Die sind böse. Die sind stark. Aber wieso stirbst du nicht einfach? Mann, die Viecher schaden mir 9. Ey, das ist doch viel zu viel. Oh, du schadest mir so viel. So viel kann mir eine Pflanze gar nicht schaden. Nein, jetzt lass mich... Alter, lass mich leben. Oh, tot, ey. Alter. Bitte Element auswählen. Ja, Element auswählen. Bitte. Ich... Oh, ich level jetzt Feuer bis Level 5, ey. Oh, scheiße. Mensch, Leute, dieser Ort hier ist nicht toll. Aber was mir auch gefallen ist, ich heile mir jetzt schon 5 mit einem Heilen. Was ich schon geil finde. Das ist sehr nützlich. Oh, da hinten ist ein Geist. Leute, da hinten ist ein Geist. Ah, bitte lasst mich rechtzeitig zum Geist kommen, bevor irgendwas passiert. Ah, nein, ein Kobold, ein Kobold, nein. Obwohl, ich kann noch fliehen, ich kann noch fliehen. Ich kann das schaffen. Ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das. Nein, Kobold. Oh, ja. Okay, der Geist ist hier. Ah, komm schnell her, du Geist. Feuer, 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 Feuer. Okay, Leute, ich hab immer noch Angst in dem bösen Wald hier. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.